Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin's, euer Doomsday. Willkommen zurück zu Resident Evil Village, Folge 13. Ja, wir sind letztens hier oben stehen geblieben, bei dem Brunnen. Und da haben wir mit der Kurbel eine Leiter hochgeholt. Und das möchte ich mir jetzt mal angucken, wo die wohin führt. Denn ich habe irgendwie noch das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich hier hinkomme. Vielleicht bringt mich ja die Lader dahin. Schauen wir mal. So, hier hatten wir, glaube ich, jetzt alles gelootet. Deswegen steigen wir mal hier hinab. Wie lange sind die Lader? Äh, ja. Interessant finde ich auch, dass das eine Lader am Stück zu sein scheint und die Äpfel hochgezogen wurde. Und warum hab ich... Dietrich? Nice. Wie hab ich denn jetzt? Zweier? Wo? Ach hier, das ist doch hier bei Heisenberg. Vorhauseile verschlossen. Da drüben ist noch ein Kästchen. Wie hab ich denn hier? Da liegt auch noch was. Eine Rohrbombe. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, okay. Ich bin halt oben und weiß unten. Okay. Ob das jetzt ein Rätsel war, da war das jetzt aber ziemlich... Oh. Einfach. Na wie.. Oh. Oh, und unten. Aaaah. Ah. Ach. 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 Ah! Ach. 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 Ach soo, das habe ich ja gar nicht gesehen. Jetzt muss das alles nach oben, oder wie? Den kann ich doch gar nicht betätigen. Okay, das verrät mir jetzt aber nicht, wie ich das jetzt... Na doch, kann ich sagen, ich komme hier so hoch. Moment, das riecht man schnell aus. Jetzt kann ich hier einfach nicht rüberlaufen. Natürlich, man kann einfach durch die Ketten gehen. Wahnsinn. Magnumuni. Was ist hier? Großer Tauben-Pluto. Aha. Das war es hier auch schon. Warum sind jetzt alle hochgefahren? Das gefällt mir nicht. Okay. Gut, dann war es das hier unten anscheinend. Ne, war es nicht. Verdammt. Irgendwas habe ich verpasst. Ne, hä? Oder gibt es hier noch was? Hm. Oh, hier. Ah, jetzt habe ich alles gut. Ich habe nur ein Minus übersehen. Gott sei Dank. Ich dachte, das wäre jetzt noch was Wichtiges hier. Schade, ich habe gedacht, ich komme hier durch über... Also zu dem Schatz von der Demi Drescu. Ist es dunkler geworden? So, das ging ja nicht auf. Ne. Da kam man, glaube ich, raus. Oder? Ja. Die Tür da hinten war ja auch geschlossen. Okay. Oder auch nicht. Was ist da hier denn? Ah, ich glaube, wir kommen jetzt mit dem Schatzhaus. Oder? Hey, ein Feuerrätsel. Übrigens habe ich einen Tipp bekommen, dass man die hier auch mit dem Messer vorwärts bewegen kann. Was vielleicht besser ist. Aber wenn sich die Dinger echt komisch verhalten vom Schwingen her. Wait, wie soll ich denn? Wie soll ich denn das hier anzünden? Das kommt doch niemals bis hier hin, noch. Das ist ein bisschen Quatsch. So, wir gucken erst mal, was hier in dem Raum ist. Oh, Geld. Einiges an Geld, okay. Das ist ja hier. Selber. Inventar ist voll. Schlecht. Moment mal, kann man Kann man die anzünden? Ja! Für die Saison, das ist auch. Komm mal her. Zünd mir mal das Feuer hier an, wenn es geht. Das feuert die überhaupt um? Geht das? Jawoll! Halt, ich will aus der Tür noch verfluten. Kommt da jetzt noch einer? Kommt da echt noch einer? Also wenn man den aus Versehen tötet, kommt man gar nicht mehr weiter, oder was? Okay. Krass. Was gibt's hier Schönes? Goldene Lady Dimitrescu. Oh, da ist noch was. Was hab ich da übersehen? Was gibt's hier noch? Kann ich da runter? Nö. Hä? Was soll hier noch sein? Achso. Ja. Soll, Muni. Ich bin restlos voll. Oh, warte mal. Vielleicht kann ich noch mal Platz schaffen, indem ich einfach mal... Ach, geht nicht. Na ja, komm. Dann draufgeschissen. So, jetzt mische ich euch genau. Also Pistolenmunition sag ich nicht nein. Jetzt haben wir alles. Okay. Aber ist krass, wenn man das nicht herausfindet, dass man den anzünden soll, dann guckt man hier gar nicht mehr durch, oder? Oder spawnen die nach einer Weile irgendwann wieder. Hm. Aber ich hätte schwören können, dass wir im letzten Mal die Tür hier nicht aufgehen, oder? Muss ich nochmal nachkommen. So, da haben wir das Wohnen jetzt gecleared. Hier brauchte ich noch was für den Grabstein. Beziehungsweise für den Sarg. Genau, ich bin hier losgefahren. Also hier. Ich würde jetzt nochmal nach unten fahren. Mal schauen, ob es da auch irgendwas gibt. Habt ihr eigentlich noch Fische? Habt ihr eigentlich nicht. Ich mache jetzt nochmal ein bisschen Erkundung hier im Dorf. Und dann geht's Richtung Heisenberg. Ich bin mal gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Schauen wir uns, was es hier unten gibt. Auf jeden Fall kann ich mich hier einkriegen. Ich würde jetzt auch mal rechts ran fahren können. Aber wo bin ich jetzt? In einem Gebiet, wo ich auf jeden Fall noch nicht war. Fische! Der ist golden. Bestimmt ein besonderer Fisch, ne? Feinster Fisch. Feinster Fisch. Ach verdammt. Magnum-Munition kann ich nicht verbo... Warte mal. Was ist denn, wenn ich die Magnum... Wo sie denn? Da. Ausrüsten. Ah, die ist schon vollgeladen. Scheiße. Mein Inventar ist voll. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Oh, fünf Minen habe ich mittlerweile. Hammerhart. Blendgeschoss. Alter, muss ich nur die hier... loswerden. Denn das würde ich schon gerne mitnehmen. Aber die Pistole kann man doch nicht mehr einsammeln, wenn man sie wegwirft. Halt. Wird gar nicht angezeigt, dass hier äh... Angelplatz ist. Aber das war es auch hier schon, oder? Oh, hier geht es auch noch lang. Oh, was geht denn jetzt? Eine Höhle? Ist aber schon von vornherein blau. Was gibt's hier? Äh, ja. Okay. Was war das? Uh, ja genau. Ich bin jetzt restlos voll. Ah, geht nur fünf, wird das decken. Das ist ja nervig. Oh, das ist echt ärgerlich. Uh, Freundgriff. Kombinierst du doch gleich. Geht nicht. Verdammt. Das ist jetzt echt ärgerlich. Das ist echt ärgerlich jetzt. Die Waffen nehmen halt so übelst viel Platz weg. Ah, verdammt. Die Waffen würd ich ungern wegschmeißen. Herzliche Münze. Kann man? Wahrscheinlich nicht, wahr. Ja. 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 Dachte ich mir. Ach, wir haben hier trotzdem noch. Zwischenablage befindet sich, ob wir nicht weggeworfen werden können. Bitte bewegen Sie sich zurück ins Winter. Ah, okay. Verdammt, mach ich ihn jetzt. Ah, dann muss ich das erstmal alles noch liegen lassen. Ah, wir können ja mal hier lesen. DNA-Sequenzierung abgeschlossen. 99,95%ige Übereinstimmungen mit dem Delvimutamizet. Die Abweichung ist mutmaßresultat künstlicher Veränderungen durch den Menschen. Was bedeutet, dass sich hier vermutlich die Quelle befindet. Weiter Untersuchungen notwendig, wie die Connections den Pilz finden und extrahieren können. Die Pilzkolonie erstreckt sich unter dem gesamten Dorf. Im Fall Baker hat sich gezeigt, dass die Wirte des Mutamizids Teil einer Bewusstseinsnetzwerks sind. Wenn dieses Netzwerk hier angebunden ist, können wir dann davon ausgehen, dass dem Organismus hier die Rolle eines Datenspeichers zukommt. Und wenn das der Fall ist, auf welche Daten hat Miranda es abgesehen? Okay. Herr Pilz ist also hier auch unter dem Dorf. Ja, ich muss das jetzt hier alles liegen lassen. Tut mir leid. Ich habe leider keinen Platz. Ich muss das loswerden. Boah. Verdammt. Der hat mich erschrocken. Das halten wir mal am Hinterkopf, dass hier noch so viel Munition rumliegt. Also ich werde jetzt auch mal den Duke besuchen. Vielleicht rieb ich ein bisschen Fleisch und so los. Dann gehen wir nochmal schnell hierher und holen uns das Zeug. Bis Duke nicht so weit weg ist. Es wird langsam Nacht hier, kann das sein. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Ähm. Kann ich das Fleisch bei dir irgendwie loswerden? Was haben wir hier? Oh, hier kann ich sogar... Bewegungsgeschwindigkeit steigern. Also, wir haben alle Zutaten beisammen. Gut. Et voilà. Bitte bedien dich. Bewegungsgeschwindigkeit wurde... Kein schlechtes Mal. Ah, man kann es nicht vorher schon... Ah, verstehe. Nur nicht nachlassen. Brauche nur noch zwei Stück. Das heißt, ich brauche noch dreimal Wild und einmal Geflügel für das hier. Und hier brauche ich noch zweimal Fisch, zweimal Geflügel und dreimal Wild. Okay. Ich habe gerade aufgestockt. Ja, eine Kofferwartung wäre nett. Oh, fünftausend. Oh, fünftausend. Antike Münze. Oh, warte mal. Das wird ein... Kann man noch irgendwas kombinieren? Ja, hier. Mit zwei anderen Sachen. Die ich noch nicht habe. Okay. Fest mal werden. Dann wird das aufgerufen. Du willst dich nur umsehen. Tu dir keinen Zwang an. Eine goldene Statue der Lady. Wie selbstverliebt kann man sein. Sehr wertvoll. So ein Staus nehme ich mit. Klotzen statt kleckern. Hahaha. 108.000 habe ich. Okay. Können wir doch mal hier noch ein bisschen... Ich bin echt am überlegen, ob ich eine von den Pistolen loswerde. Ach komm. Was soll der Geist? Was? Ah, schon gut. Das war's. Hm. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr versteht sich. 180, 24, 25, 20. 180, 024, 25, 19. Die könnte ich auch nochmal verbessern. Ist die Frage, welches besser, gell? Aber ich würde jetzt eigentlich... Die nimmt ja dieselbe Munition wie die Pistole, oder? Ja, gell? Genau. Kann ich die denn da jetzt loswerden? Nee, Waffen kann man echt nicht loswerden. Das ist ein bisschen krass. Ein bisschen zu krass, finde ich. Ich renne hier mit sieben Waffen rum. Brauche ich doch gar nicht so viele. Ja. 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 Das ist schon echt hart. Ich fülle mir jetzt auf jeden Fall nochmal das Ausrüstensgegenstück. Von der Schrotflinde da. Halt, weites Tor. Wir warnen das jetzt. Links. Aber ich werde wahrscheinlich nur das Ding holen, weil den Rest, da mache ich dann noch mehr wieder Munition in meinen Koffer, was jetzt nicht so cool ist. Also eigentlich schon, aber im Moment, wo er beeinträchtigend ist. Was ist das, dass ich töten kann? Warte mal, wir können ja mal testen, ob das... Hm, sieht nicht so aus. No. So, wie viel Schaden macht die jetzt eigentlich? 180. Und du machst... 190. Eigentlich besser. Aber das ist auch schon Stufe 4, ne? So, erst mal das hier. Okay. Ja, Mine. Ach komm. Nehmen wir mit. Explosivgeschoss. Und die ist auch Explosiv... Kann man das nicht stacken? Doch, ne. Verdammt. Kann man es eigentlich auch in die Vertikale drehen? Ne, gell? Ne, nein. Hier geblieben. Na gut. Die Dietriche könnte ich jetzt auch mal verwenden, ne? Wir hatten, glaub ich, im Dorf noch ein einziges, oder? Oder hatte ich da alle? Ähm. Warum werden die Häuser hier nicht mal gekennzeichnet? Blau. Das ist ein Quatsch. Hallo? Okay. Ist ja frech. Vielleicht, weil ich nicht in dem Gebiet bin. Gut, dann haben wir jetzt oben links... ...bis auf das hier. Da fehlt mir aber leider noch was. Alles gecleared. Hey. Hey. So, dann gehen wir jetzt nochmal zum Duke, speichern. Dann gehen wir nochmal im Dorf gucken. Genau, weil ich nicht im Gebiet war. Okay, hatten wir jetzt hier noch irgendwas mit Dietrich? Nein. Alles blau. Gut. Dann sind wir jetzt eigentlich soweit durch. Ich glaube, hier, dass noch was war. Aber ich komme ja leider mit dem Fahrstuhl nicht mehr runter. Und zurück ging die ja dann auch nicht. Ah, okay. Vielleicht gucke ich Off-Camp da nochmal nach. Vielleicht finde ich nochmal was. Aber jetzt würde ich sagen, geht's zu Heisenberg. Da wir hier jetzt nichts mehr haben. Hier gibt's noch Wild. Oh, das wollen wir uns doch gleich mal. Rose is waiting for you. Das wäre einmal wild. Warte mal, hier ist auf einmal offen. Das war mir letztes Mal zu, oder? Ja, jawoll. Zerbrochene Steinplatte. Oh, noch eins. Jetzt haben wir vier. Gut, wir müssen jetzt zurück zu Donner. Denn wir können jetzt den Schatz hier holen. Können wir auch gleich noch das Fleisch abgeben. Oh, es fügt sich alles zum Ende hier hin. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Nur nicht nachlassen. Essen, ich bin gespannt auf die nächsten Zutaten. Jetzt gehen wir mal zu Donner, war gerade aus. Nee. War rechts lang. Gehen wir nochmal zu dem... Sarg. Schauen wir uns mal, was wir da drinnen finden. Ich gucke dir der ganze Nebel auf einmal her. Ja, hier hat man ja auch... Oh, hier ist auch noch wild. Das ist schön. Was ist das denn? Wo ist das wild? Muss er hier wild sein? Ja, wo steht er denn? Nur einer? Scheint so. Genau. Oh Gott. Was bist du denn? Wo, 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 wo. Oh, nützt es. Nee, nützt das. Ich will ungern meine Magnum dafür benutzen. Oh, da drin. Wo, 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 wo. Das war's für heute. Das war's für heute. Du bist fort. Kommt ihr denn hier auf einmal her? Ich bin hier auf einmal her. Das ist ganz schön. Das war's für heute. Oh! Will das noch ne Rücken schießen? Das muss nicht aussehen, ey, der... Meine Fräser... Ja, das ist weg. Das war's für heute. Alter Vater ey, was der schreckt Die Falle um oben Lass mal rückglappen euch. Der war ne Nummer. Der hat mir eine ganze Schrotenmunition gekostet, der Junge und die Kleinen, alter Schwede. Kristalliner Riesen-Axt, okay. Der war eine Nummer, der Junge. Na gut, so kann man natürlich auch ein bisschen Platz schaffen. Meine Fresse. So, gab's hier noch irgendwas? Nein, gell? Wollen wir mal einsetzen. Oh ja, der Bewahrer. Berengarius-Kelch. Kann ich bestimmt mit dem Rubin kombinieren, ne? Nee. Er ist nicht kombinierbar. Ein antiker Kelch aus dem Besitz Berengarius. Einem der vier Gründer. Sehr wertvoll. Gut, haben wir das jetzt auch erledigt. Guckt man da auch nochmal rein? Theoretisch ja. Oh, da hab ich alles blau, also von daher. Oh, der Junge war echt heftig. Hat echt viel ausgehalten. Ich wollte für meine Revolver-Munition einfach nicht verballern. Aber ich glaub, den werd ich mir für den Endkampf aufheben. Ich vermute mal, das wird dann Miranda werden. So, hier hab ich ja alles. Jetzt gehen wir nochmal zum Duke. Was auch immer das grad für ein Vieh war, ey. Oh, heftig. Sag fast aus, ich frage ein Steins Monster hier. So, Duke. Ich hab mir noch was zum Verkaufen für dich. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Hm. Da fehlen mir noch ein Geflügel. Verdammt. Von dir fehlen mir nochmal Fisch und zwei Geflügel. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. 18.000. Prächtig, was das wert ist. Warte mal, ich muss mal herstellen. Mal sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Hm, na komm. So. Scharfschützengewehr hab ich auch noch noch. Elf Kugeln, ne. Das war echt krass. So. Gut, dann spare ich euch jetzt. Und dann würde ich diese Folge mal beenden. Leute. Das war jetzt natürlich wieder so eine Such- und Sammel-Aktionsfolge. Mit einem Bosskampf. Und ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir uns dann hier durchbegeben. Denn, ich vermute mal, ich bräuchte ja noch Fisch. Aber, wo ich den jetzt finde und Geflügel, kann ich jetzt auf Anhieb leider nichts sagen. Denn alles, was hier an Tira angezeigt wird, ist im Moment durchgestrichen. Ja, gut. Dann heißt es in der nächsten Folge auf Richtung Heisenberg. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da zuguckt. Bis dahin, haut rein. Euer Doomsday bei DGV mit Resident Evil Village. Ich bin schulden. Angelegen. Aber die Sendung ist die Sendung überucagegen. Wunderschön. will ich nicht.